Garage Zimali Verlassen Sie gerne durch das grosse Neuwerbenangebot. Er beantwortet ausführlich alle Fragen und macht Ihnen ein überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungsangebot. Nach dem Kauf verbinden Sie unser bestens geschultes Personal mit hervorragendem und Schem-Service zu vereinbarten Kosten. Auch Lehrlinge rühren zu unserem Team. Dank freundlicher Betreuung und Top-Service verlassen Sie unser Autohaus immer mit einem guten Gefühl. Garage Zimali, die freundlichste Garage im Kanton Haarau. Garage Zimali Garage Zimali Untertitelung des ZDF, 2020